Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist gut austariert. Ja. Ja, beide hat ne Gap. Er hat halt ne Rüstungszahl mehr. Space, das hast du eigentlich. Wenn du dich nicht cricken lässt von Hugo und nicht irgendwie panikst, dann ist ja eigentlich alles gut. Joa, I hope so. Sollte alles klappen. Ja, same. Space macht das ganz entspannt. Ja. Ja. Die Potion hat er ja nicht, ne? Nein. Er hat Hugo die Potion, deswegen musst du immer aufpassen, dass du immer nicht... Giftpfeiler hat er auch, Sloanis hat er aber nicht, ne? Ja. Das heißt auch Hugo hat die Sloanis-Pfeiler. Genau. Das heißt, wir haben uns ja fast gleich aufgeteilt. Ja. Hugo hat nur Eisenschwert, ne? Habt ihr gesagt, dass die Zeit abläuft? Ich hab's gar nicht richtig gemacht. Ich hab reingehört eigentlich noch ein Gap. Ja, ihr hättet mich anschreien sollen kaum. Ich hätte sie reingehört. Nee, ich hab nur gesagt... Hatte Fabo auch ein Literat-Schwert? Ja. Ja, hatte er. Ja, ja, ja. Hugo hat, glaub ich, nur Eisen. Oder so. Ja. Was ist deren Item? Äh, wieder die Axt. Axt. Die hatten auch die Axt. Ah, okay. Der hat nur einen Steinschwert, ne? Er hat auch einen Steinschwert. Ja, okay. Der spielt doch die Axt. Er wird auf Zeit spielen. Ja, Space, dann geh rein. Ey, steiß doch, geh rein. Rechts von dir. Das Beste machst du. Er wird auf Zeit spielen, deswegen. Oh, ja. Wenn du ihn abhantest, dann die Gelegenheit zu essen. Das ist gut. Ja, der spielt auf Zeit. Ja. Ja. Irgendwann bekommt er Hunger. Oh, gut. Ja, ja. Das ist gut. Ich hab beides Lohn ins Pfeile. Achtung. Okay. Jetzt geht er rein. Achtung. Maybe sollst du wegrennen. Ja, oh, gut. Bin full. Gut. Gute Hits. Nice. Oh, das war wirklich. Schön. Das ist gut. Sloane ist gut. Oh. 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 Oh, mein Gott. Ja, ist gut. 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 Einfach weiter aufrennen. Aber stark, stark, stark. Heftig, ja. Abonnieren. Dass ich das noch mal miterleben darf. Okay. Gut, schön. Ja, es war beide sehr gut. Noch einmal Hitschen, geh rein, okay? All in jetzt. Also jetzt nicht all in, aber du weißt schon, was ich meine. Abonnieren. All in. Ist nicht mehr ultra viel Zeit. Gut, gute Hits, gute Hits. Kannst du das an? Ja, 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 ja. Mach ihn weg, mach ihn weg. Hau rein. Geh rein. Ohne rumspringen. Bogen, wenn er wegrennt. Du weißt, wie mein Gott funktioniert. Das kriegst du, das hast du. Komm. Ich stehe leider gar nichts. Oh Gott. Das ist ein PP-Fight, gerade da drüben. Das ist komplett PP. Ah, Junge. Das ist... Was macht ihr da? Ist das Paarungstanz oder was will das? Ja, das ist ausgeglichen leider. Ja, offensichtlich. Schade. Hab ihn. Let's go! Nächsten Part hier! Wenigstens ein bisschen! Wenigstens ein bisschen! Yes! Let's go! Zwölf Stück! Jooo! Rein da! Wir haben das Turnier eigentlich gewonnen. Ja. Gibt's jetzt noch was für denjenigen, der am meisten Wins hatte? Geben wir mal bei Tag 1 rein. Wir haben heute wieder da, was wir jetzt nachdem. Töpchen!